Ja, Freunde, ich habe was Interessantes gefunden. Da gibt es ein Streitgespräch bald online wohl zwischen Lindemann-Anwalt Simon Bergmann und dem Anwalt des Spiegels, Dr. Srocke heißt er, von Advant Byton. Heißen die so? Wir schauen mal in den Teaser. Hi, guten Morgen und willkommen zu einem kurzen Video. Ich bin Alex Boos, auch Rechtsanwalt aus Mainz. Ja. Ja, Freunde, ich habe was Interessantes gefunden. Das kommt hier von Legal Tribune Online, LTO. Wir kennen das, dieses juristische Rechtsmagazin. Eine tolle Homepage, kann man immer interessante neue Urteile gucken und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich was gefunden. Wo ist es denn? Und zwar kommt da wohl ein Streitgespräch zwischen dem Anwalt von Till Lindemann, Simon Bergmann von Scherzbergmann und dem Anwalt des Spiegel, Dr. Srocke. Und da habe ich auf der Seite von LTO, ich blende das gerade mal ein, hier einen interessanten Teaser gesehen. Und das gucken wir uns mal an. Da heißt es hier, das LTO-Streitgespräch zwischen Lindemann-Anwalt Bergmann und Spiegel-Anwalt Dr. Srocke von Advant Byton gibt es exklusiv vorab auf der morgigen LTO-Karrieremesse. Thema, was darf die MeToo-Berichterstattung? Das ist ja spitze. Im Moment, ich habe das bisher noch nicht komplett gesehen. Ich hoffe, Sie laden das dann noch ganz online. Wir schauen uns mal den Teaser an. Wie geht das? Ich mache das jetzt mal mit dem normalen Ton. Das wird so gehen. Das hier ist der Anwalt Dr. Srocke und das ist Simon Bergmann und das ist Till Lindemann. Schauen wir mal rein. Till Lindemann. Es tut sehr wohl was zur Sache. Es ist ja eine soziale Bewegung. Mit verheerenden Folgen für die Betroffenen. Abgefeiert, als hätte man schon in Karlsruhe gewonnen. Zu früh und mit zu wenig Beweistatsachen. Es ist ja erlaubt, im Verdachtsstadion zu berichten. Konkret auf Mordritsch zu sprechen. Wird sehr sorgfältig geprüft. Ruhiliert. Ja, super. Ja, ich habe es ja schon immer gesagt. Anwälte gehen freundlich miteinander um. Ah, da bin ich sehr gespannt auf dieses Gespräch. Also hier geht es um Voraussetzungen MeToo, Berichterstattung, Verdachtsberichterstattung und so weiter. Habt schon gehört. Ganz kontroverse Meinungen hier natürlich. Wobei ich sagen muss, der Spiegelanwalt kam mir, glaube ich, nicht so gut weg, wenn man sich die Entscheidungen anguckt, von wegen sorgfältig recherchiert und so. Moment, sorgfältig geprüft, hat er gesagt, sorgfältig geprüft. Aber wer weiß nicht, in welchem Kontext das steht. Schauen wir uns an, wenn es so weit ist. Aber schauen wir mal. Das ist natürlich hier zusammengeschnitten, was dabei rauskommt. Ich finde das sehr interessant. Das ist anscheinend auch in einem Gerichtssaal gedreht, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da freue ich mich wirklich drauf. Da können wir bestimmt dann entsprechend kommentieren, wenn wir uns das mal ansehen können. Und bin ich sehr gespannt. Die Meinungen gehen natürlich völlig auseinander, logischerweise. Wäre ja komisch, wenn der Spiegelanwalt jetzt die Meinung von Herrn Bergmann vertreten würde. Also dazu mal ein Wort. Anwälte sind ja, ich habe mal einen Spruch gehört, Anwälte werden für ihre Meinung bezahlt. Finde ich nicht. Aber natürlich, wenn dich jemand mandatiert, dann hast du seine Interessen zu vertreten im Rahmen dessen, was rechtlich möglich ist. Das ist natürlich klar. Also deshalb ist es ja logisch, wer da auf welcher Seite ist. Das ist ja völlig normal. Trotzdem hat natürlich jeder auch die Möglichkeit, sich das entsprechende Mandat rauszusuchen. Deshalb wage ich einfach mal. Also aus meiner Sicht, jemand wie Simon Bergmann würde den Spiegel nicht vertreten. Das würde ja auch völlig dem Geschäftsmodell widersprechen. Das ist meine Meinung nur. Wenn er das anders handhabt, kann er es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube einfach mal, das würde sich nicht vertragen. Denn diese Kanzlei ist ja ganz klar auf die andere Seite, also auf die der Prominenten ausgelegt und nicht auf die Seite der Medien. Dafür gibt es dann Anwälte wie den Dr. Srocke. Das ist so. Also von daher völlig klar. Einerseits ist man natürlich vom Mandant mandatiert und muss auch dessen Interessen vertreten. Und wenn man das nicht möchte und mit seinem Gewissen oder seinen Meinungen eben nicht vereinbaren kann, dann nimmt man das Mandat nicht an. Das ist ganz einfach. Ich habe auch schon Sachen abgelehnt, weil ich gesagt habe, das passt mir irgendwie nicht. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum du ein Mandat ablehnst. Entweder ist es nicht dein Bereich, dann hast du es besonders einfach oder es geht eben in eine Richtung, die du irgendwie nicht teilst. Und dann kann man auch sagen, ist es nicht mein Bereich. Und ja, ist eben so, das kann jeder machen, wie er das mag. Jeder Anwalt und das macht auch jeder so. Es gibt ja auch Kanzleien. Also da habe ich auch mal Sprüche gehört wie, ist mir egal, ich vertrete jeden. Ja, jeder hat ein Recht drauf. Und das ist natürlich auch irgendwo richtig. Auch eine sehr gute Medienrechtskanzlei ist zum Beispiel die Kanzlei von Höcker, Ralf Höcker. Der hat damals Kachelmann vertreten gegen den Springer Verlag, war es glaube ich, ja. Und hat diese riesen Entschädigung herausgeholt für ihn. Und die Kanzlei Höcker Höcker ist auch jemand, die, ja ich sage es mal vorsichtig, also ihr habt so den Eindruck, die nehmen das sehr ernst mit dem. Jeder hat da ein Recht auf einen Anwalt und ziehen da auch alles durch. Höcker hat auch Erdogan vertreten. Ja. Und das ist ja natürlich eine Person, wo viele vielleicht sagen, das würde ich nicht machen oder sowas. Ich persönlich würde es auch nicht machen, gerade nach den jüngsten Äußerungen, aber das liegt eine Weile zurück. Und die haben den vertreten und es war okay, kann man machen. Also warum nicht? Und im Endeffekt ist es natürlich auch ein Geschäft. Das darf man auch nicht vergessen. Die machen das ja nicht, um hier Moraljuristerei zu machen, sondern da geht es natürlich auch um wirtschaftliche Dinge. Und das ist auch okay. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Streitgespräch hier. Das finde ich cool, dass die zwei sich da der Sache stellen. Ich wage mal die Prognose, dass der Spiegelanwalt vielleicht nicht so gut wegkommt. Ich weiß es nicht. Ist nur eine Einschätzung. Also ich bin sehr gespannt. Ich ziehe mir das rein und gucken wir mal. Ich hoffe, das geht dann irgendwann online, dass wir es vielleicht anschauen können. Würde mich freuen. Also bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.